Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Spiel. Wie heißt denn das? Danke, Jules. Ich habe nur beim ersten Mal mitgemacht. Ich habe nur beim... Also hier, ihr seht oben links ja, wer dabei ist. Ich habe nur bei der allerersten Aufnahme mitgemacht. Die anderen haben danach noch ein paar Runden gespielt. Ich bin... Ich habe... Keine Ahnung. Aber mit ein bisschen Glück bin ich ein Guter und dann kann ich das Spiel besser lernen. Ah, ich bin Resident. Okay, sehr gut. Das heißt, ich kann das Spiel erst mal lernen. Hi. Hi, Luca. Servus. Ich würde sagen, machen das wir eben in der Proberunde. Du sagst mir kurz, ob du Personoid oder richtiger Bürger bist. Ja, ich bin natürlich richtiger Bürger. Wer ist da, mein Freund? Who are you? Komm raus. Kannst du mal buchstabieren, was unten links steht? Da steht Traitor. Nein, das machen wir nicht. So weit machen wir nicht. Wollen wir das hier machen oder direkt raus? Ja, immer doch. Okay. Da sind wir, meine geilen Schnittchen. Was ist denn hier los? Komm mal direkt auf. Wer ist denn hier? Ich bin Resident. Peter! Hallo, Sebastian. Oh, Peter, bei mir steht, du bist schon sass. Ja, stimmt nicht. Aber ich glaube schon. Ey, nee, Peter, komm mal hier. Was ist denn das hier? Hast du sabotiert? Warten, bis jemand assistiert. Hast du sabotiert? Nein. Ich habe nur einmal drauf gedrückt und dann... Hast du sabotiert? Peter, du musst dann drücken, wenn die Striche... Ja, weiß ich. Ich habe... ...Hosen gefunden. Mega. So, wahrscheinlich wird da nichts drin sein, war? Nee, da war noch nichts drin. Ich habe trotzdem 150 Punkte bekommen. Ein Kreis in einem Punkt? Äh, Punkt in einem Kreis. Punkt in einem Kreis. Und ich habe einen Halbkreis, der nach oben offen ist. Und darunter ist ein Strichen waagerechter. Unter dem Kreis. Was ist deins? Ja, ein Strich. Hallo? Ein waagerechter Strich unter einem halb offenen Kreis. Hallo? Christian? Ja? Ich rede doch die ganze Zeit. Nee, du musst ja auch dann reden und nicht irgendwie deinen Personuiden-Chat nutzen oder sowas. Junge, ich rede doch die ganze Zeit. Unten ist ein waagerechter Strich mit einem Halbkreis nach oben offen. Gut, dass ich auch jetzt vergessen habe, wie man das macht mit diesem Personuiden-Ding. Wie man den Chat benutzt. Ich habe einen Hosen gefunden. Ich bin so scheiße im Spiel. Das ist wirklich unnormal. So, wahrscheinlich wird da nichts drin sein, war? Nee, da war auch nichts drin. Ich habe trotzdem 150 Punkte bekommen, die ganz oben auf dem Leaderboard sein kann. So, easy, komm, da weit. Ich glaube, hier im ersten Ding sind die eben relativ gleich verteilt, die Karten. Feuerlöscher, brauche ich nicht. Da, da unten ist eine. Komm nicht an! Hallo, hast du jetzt einfach alles gesnackt? Ich habe jetzt nichts. Ja, natürlich, ich weiß, dass ich der Gute bin. Okay. Ich habe nichts. Oh, ich habe dieses Ding zum Finden der Schlüsselkarte. Das kam nicht an! Oh mein Gott. Meins ist ein Kreis nach oben offen, ein Punkt in der Mitte und nach oben auch so ein V. Also so ein halbes V. Geil, ich habe schon mal Sauerstoff. Also Kreis oben offen, in der Mitte. Ja, perfekt. Ist ja nichts. Hallo, hast du jetzt einfach alles gesnackt? Ich habe jetzt nichts. Ja, natürlich, ich weiß, dass ich der Gute bin. Okay. Ich habe nichts. Machen wir mal die Key Cards einfach schnell, während die Jungs am Streit sind. So, zwei Key Cards habe ich schon. Wir brauchen nur noch die blaue. So, die blaue? Nur noch die blaue. Die restlichen anderen Beinen habe ich schon. Guck mal, ich glaube, hier hinter ist die. Kannst du kurz helfen, Luca? Oder Chris? Die müsste irgendwie rumliegen. Geil. Und ich habe einen Sauerstoffkanister. Ja, nein, behalt den mal für den nächsten Mal. Alter, irgendwie wirst du das erste Mal geschafft haben. Nice. Ja, wir sind, glaube ich, ganz gut unter Witt. Wir haben Feuerlöscher auch. Voll gut. Hier steht bei mir, ich habe einen Personenlog aufgenommen und das stand gerade. Und ein Personoid ist unter Pete Smith, Husaren Chris oder This is Venom. Das muss ich am Ende aber auch sehen. Christian oder Luca? Ja. Peter oder Luca. Ja, das hat er gesagt. Ah, perfekt. Ah, okay. Nee, das ist ja zufällig. Das kann ich ja leider nicht selbst beeinflussen. Ja, das ist aber ein Zufall. Was sagt denn der zufällige Zufall? Wieso macht, shootet Chris jetzt direkt hier wieder gegen mich und hat mich gewählt? Was sagen Sie jetzt? Ja, weil es Peter, Luca oder Chris sind. Peter hat gesagt, Chris oder Luca sind nicht. Also bleibt für mich ja nur noch Luca. Ach so, okay. Floll, das ist logic. Ist ja ein Luca jetzt schon mal ein Downer. Das war er schon immer. Oh, grün hat ja angeklickt. Wer war das da? Peter, ist interessant. Peter, nice. Ich glaube, er ist grün. Ich habe neige angeklickt. Ich bin gelb. Also ich habe auch neige angeklickt. Du bist grün. Du bist grün, Peter. Bei mir waren alle Niner rot und der einzige grüne, äh, ja. Ja, weil du wahrscheinlich personuiert bist. Tut mir leid, Luca, dass ich da den Falschen angesetzt habe. Ja, Chris ist es doch gar kein Problem. Weißt du, Mai verliert man, ne? Chris, es ist gar kein Problem. Ich glaube, dass... Alter, was tut mir hier eigentlich? Ich glaube, dass... Ihr seid so doof. Peter, die sind alle fies zu dir. Ja, vor allen Dingen hatten die roten Nines, die hatten doch gar nichts mit der Teamfarbe zu tun. Hier müssen wir, hier müssen wir jetzt, ähm, Feuer, hier, Feuerlöscher finden. Ja, hab ich schon. Das ist, weil das so... Ja, aber das ist ein blaues und da brauchen wir zwei. Achso. Da ist auch ne rote Schlüsselkarte hinter. Das heißt, wir müssen jetzt so ein Feuerding finden. Okay. Ich habe noch ein Sauerstoffding, by the way, dabei. Ich hänge mich mal an dich ran. Ja, dann fülle das mal irgendwo ein. Ja, mach das mal. Hier kannst du das reinstecken. Shit. Was ist denn hier? Habe ich gemacht. Hier sind diese Fluchtdinger. Da kannst du einzeln nur fliehen. Brauchen wir nicht. Hier ist, glaube ich, sonst nix. Okay, wir brauchen noch einen Feuerlöscher. Luca, hast du zufällig einen Feuerlöscher? Nee, das gleiche habe ich Chris auch schon gefragt. Da vorne sind auch noch so Dinger. Was hast du hier gerade gemacht? Jay hat gerade dieses komische Ding hier rausgenommen. Hä? Jay killt hier gerade wen? Peter, Alter, hast du das gerade gekillt? Peter, Peter hat Sepp gekillt. Peter. Nein, habe ich nicht. Peter, Alter, what the fuck? Peter hat Sepp gekillt. Peter ist es. Peter ist es. Luca und Jay. Es sind Luca und Jay. Es sind Luca und Jay. Sie haben gerade Sepp gekillt. Luca und Jay, komm mit. Das sind Luca und Jay. Luca und Jay würde sich decken mit unserem Passagier-Lock, was wir gefunden haben. Das sind Luca und Jay. Ja. Ich weiß nicht, was können wir jetzt machen? Wir können sie umbringen. Zumindest Luca würde ich schon mal umbringen. Weil der bin ich auch sicher, dass er das ist. Ich habe Jay gesehen, wie er Sepp gekillt hat. Das war vor meinen Augen. Ach so. Können wir den wiederbeleben? Die Innovation hat mir doch gefehlt. Nein, aber wir können beide jetzt umbringen. Wie denn? Was soll denn sitzen jetzt? Ja, wir müssen die finden, bevor die uns finden. Ja, die sind hinter uns, Jules. Hier ist Luca. Leute, wir müssen zum Gaslenk. Hallo. Wir müssen erst mal reparieren. Ja, ja, reparieren, reparieren, reparieren. Und jetzt Luca würde ich schon mal umbringen. Nimm du. Peter hat gerade einfach Dinge zum Gebrach. In den Augen. Die Information hat mir doch gefehlt. Nein, aber wir können beide jetzt umbringen. Was sollen wir jetzt hier jetzt? Ja, wir müssen die finden, bevor die uns finden. Da, da, da. Ey, die laufen hinter mir, die laufen hinter mir. Ja, Luca, komm zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich versuche nach oben zu kommen. Ich versuche nach oben zu kommen. Ich laufe nach oben. Ich laufe nach oben. Ich habe die zweite Spritze geholt, aber die waren halt zu dritt. Die hätten mich easy packen können. Okay, nice. Lebst du noch? Okay, gut. Okay, gut. Das Ding ist, die laufen noch jetzt zu dem Gasleck. Lass da mal. Wir müssen uns da eigentlich nur treffen und dann müssen wir einen mit der Spritze umbringen. Okay, also die verfolgen mich gerade beide. Versuch mal einen umzubringen. Vielleicht findest du einen. Oder mach Sauerstoff niedrig oder so einen Scheiß. Ja, Chris ist bei mir. Wie benutzt du die scheiß Spritze? Ja, auswählen. E, auswählen, dann Linksklick. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Mama, wenn... Nice, Luca. Nice. Wow. Wie waren wir am Ende jetzt sofort tot? Das habe ich halt nicht nachvollziehen können. Wegen des Gas-Austritts oder was? Ewig, du musst es sofort machen. Richtig, nein. Ich hatte nicht mal die Hälfte rum. Krass. Alter, als der Sepp hochkam, ich wollte einfach Peter umbringen, dann habe ich mich für Sepp entschieden. Ey, warte, habe ich jetzt noch jemanden getötet mit der Spritze? Nee, wir sind alle umgefallen wegen des Gas. Wir sind mit dem Gas gestorben. Ja, wegen des Gaslecks. Wie schnell das geht, what the fuck, ey. Alter, ich war mega verwirrt, weil das Ding ist, die Spritze hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Und deswegen war ich... Ich war komplett verwirrt. Egal, wir haben gewonnen. Ich bin egal, egal. Peter, der ist ja grün. Das ist Peter. Was man tat überhaupt? Vor allem ist man nur rot und grün und grüßt dann so, ja, Peter ist es. Und ich so, ja, okay, Peter ist es. Peter ist es, auf jeden Fall. Alter, ey, es war so stich, ich kann auch nicht das gewonnen. Komm, zack, zack. Komm, ja, ab geht's. Arme Peter. Nun gut, aber jetzt wissen wir, Gaslecks, weil ich glaube, das hat doch noch das erste Mal so ein Gasleck. Die müssen sofort gefixt werden. Ja, ja. Ich meine, wir haben es ja auch versucht, aber wir waren nur noch zu dritt. Jules und ich sind sofort zum einen. Also, hat Luca dir irgendwie was aufgemacht oder so? Hast du was gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Okay, egal. Weißt du was, Jay, wir nehmen es einfach. Scheiß drauf, wir nehmen es einfach. Ja, war gut von uns. Eigentlich war es richtig schlecht, aber egal. Da standen auch leider zwei Punkte. Ich dachte, zwei Leute müssen zu diesem einen, zu diesem einen Ort. Aber die sind einfach an zwei unterschiedlichen Stellen. Vielleicht kommt das doch automatisch irgendwie. Also, Jules. Keine Ahnung. Ja, ich muss es aktuell. Ja. Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass wir beide ja direkt auch zu dem einen gerannt sind und Christian das andere gemacht hat. Also, das war schon... Ist schon hart, wenn so ein Gasleck kommt. Ich kann sagen, dann müssen wir wirklich sofort reagieren. Das sind wir ja eigentlich auch. Ja, ja, ja. Gut. Oh, schon wieder. Hallo? Wer ist denn gespawnt? Hallo. Hallo, Sepp. Ah, guck mal. Der Traitor ist wieder am Start. Nice. Genau. Hallo, mit wem bin ich hier gespawnt? Oh, hey, Jules. Ja, komm. Hallo, Christian. Alles fit? Im Schritt? Ja. Äh, Kreis, der da unten auf ist. Ein Punkt in der Mitte hat, aber unten auch einen Balken hat. Okay, habe ich. Äh, Kreis nach oben offen. Punkt in der Mitte, Punkt oben drüber und in der Mitte ist so ein... Wie so ein V. Äh, ja. Perfekt, danke dir. Alles. Ein Leichenscanner. Ein Leichenscanner? Meinst du nicht ein Kartenscanner? Nee, das steht ein Leichenscanner. Äh, mindestens ein Personoid unter Husaren, Chris, Jay, Jules oder Pete Smeet. Ja, schade, Jules. Ich glaube, du hast ja auch einige Sass gelesen. Vier Stück hat er mir jetzt angezeigt, ja. Sonst sind es nur drei, wir haben gerade vier Stück angezeigt. Äh, frech. Rote Karte habe ich, bringe ich das runter. Weil, nee, ich glaube, im ersten hast du ja kein Feuer oder so. Du hörst, die erste Stage ist eigentlich so einfach. Ja, nehm ich schon mal mitvergleichen. Ja, eben nicht. Geschafft, ne? Okay, wer hat die rote Kiefer? Äh, rote Karte habe ich reingetarnt. Äh, ich habe die grüne, hol mal die blaue. Hier ist die Tiramisu. Oh, ich komme mit Tiramisu, man. So, wir gucken mal. Nee, also Chris und ich waren unten hier, war doch keiner sonst. Sabotieren können. Kann nicht sabotiert werden. Perfekt, arschgelle Nummer. Äh, rote Karte habe ich reingetarnt. Ich habe die grüne, hol mal die blaue. Hier ist die Tiramisu. Oh, ich kann mir die Tiramisu nennen. Was denn für, nee, also Chris und ich waren unten hier, war doch keiner sonst unten außer uns. Aber wir haben vier Leute angezeigt bekommen. Wir waren, achso, das können wir gleich erzählen, Jules. Das macht Sinn. Habt ihr schon Protokoll oder so gefunden? Ja, Jules hat eins. Genau, das Protokoll. Das ist eine Karte. Ah, nice, dann sind wir fertig. Ach, super, dann sind wir schon fertig. Wollen wir noch mehr Protokolle finden? Ja, Sauerstoff. Ich glaube, das kann man nur einmal pro Level, oder? Ja, wir müssen jetzt abhauen. Achso, dann ist Wasted. Du nimmst ihn mit in die nächste Runde. Okay, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass wenn du die letzte Schlüsselkarte rein tust, automatisch der Timer runter geht. Äh, jetzt war das anderes. Okay. Ich wusste nicht, dass automatisch der Timer runter geht, wenn du die letzte Schlüsselkarte rein machst. Ja, ja. Hätte wahrscheinlich noch smart sein können, wenn wir nochmal die Loks geholt hätten, ne? Ja, wie gesagt, es hat auch eins wieder geholt. Ah, okay. Wer stand da drin? Da waren nur noch vier Leute drin. Wie gesagt, da waren vier Leute, die es waren drin. Da waren Pete, achso, ihr seht ihr jetzt aber auch. Hier, guck mal. Ah, stimmt, da steht ihr da. Ah, der sexige Jay. Der sexige Jay ist es mal wieder, aha. So, so. Also, ich kann nur sagen, mit Peter habe ich schöne Sachen zusammen gemacht. Ja, ich habe mit Jay auch schöne Sachen gemacht. Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit mit Chris zusammengearbeitet. Deswegen ist es einfach mal ganz ehrlich, unten rechts die Abstimmung überspringen. Die sind bei mir nicht alle rot. Nee, die nicht, aber gleich. Ja, gleich. Die nicht, danach ist gleich, die sind alle rot. Ja, aber grün war das bei mir beim Abstimmen. Jetzt? Nein, nein, nein. Das war wirklich... Achso, nee, stimmt. Vielleicht kann ich auch meinen Abstimmen. Guck jetzt. Genau, und hier ist entweder grün oder rot. Das sagt gar nichts mit den Farben. Ja, und hier ist jetzt grün. Das war ich. Das ist aber sehr sass, dass du das warst. Ich habe den Wachter gefehlt. So, ich habe schon Feuerlöschen. Ich gehe mal Feuerlöschen. Andere Personuid noch. Und keine Ahnung. Und war Jules zwar auch? Leider. Lass mal direkt die Pfeifen, äh, die Spritzmacht. Das sind direkt gerechtige Leute. Jules war super, mit dem hat alles 1A geklappt. Hier ist Feuer. Hast du Feuerlöscher? Ja, habe ich von der letzten Nummer mitgenommen. Dann Abfahrt. Aber hier steht zwei Spieler erforderlich. Scheiße. Ja, ich habe keinen Feuerlöscher. Das bringt halt nicht so viel, ne? Aber hier in der Küche ist noch Feuer. Ah, vielleicht diese blauen Feuer kannst du nur mit zwei ausmachen. Ja, ja. So, was gibt es hier? Ah, die rote Schüsselkarte. Ah, die rote. Und hier ist noch ein Feuerlöscher. Ey, warte, dann nehme ich den und dann können wir das... Wo? Dann können wir das blaue Feuer löschen. Da an der Wand. Hallo. Hallo. Das ist ganz schlicht. Wir müssen ins Feuer gelaufen. Ey, kein Feuer, kein Feuer, kein Feuer. Oh, ich danke dir. Alter. Perfekt. Easy. Und hier ist gar nichts drin, oder was? Ah doch, hier ist Oxygen. Ich nehme das mit. Nein, hier drin war nichts. Doch, doch. Hier war zumindest Sauerstoff. Den packe ich mal rein, wenn wir nicht draufgehen. Ja, aber das Lock, das hat nichts gegeben. Oh, was? Da stand einfach nur eine schöne Hose. Wow. Immer ein Kompliment vom Lock bekommen. Das ist doch lieb. Okay, hier muss jemand das Feuer auf jeden Fall löschen. So, 3, 2, 1 löschen. Was soll denn das, Jay? Was soll denn das, Jay? Was soll denn das, Jay? Ich wollte auch löschen. Ja, nee, das hat nicht nur funktioniert. Nee, ist das? Nein, ich wollte auch mit löschen. Hier ist die rote Schlüsselkarte. Ich habe schon eine. Warte mal, ich habe die rote. Wieso ist die noch eine rote? Die gibt es mehrmals. Es gibt Farben mehrmals. Aber das bringt uns ja jetzt gar nichts mehr. Das ist ja super. Wobei, doch, nimm die mal mit, falls ich sterbe. Ich habe die mit. Mitgenommen jetzt, die rote Keycard. Wir können doch schon mal reinpacken. Hier ist noch Sauerstoff. 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 Ja, nimm doch, Jay. Kannst du euch bitte gucken? Ja, ich wollte das nur sagen. Mein Ding ist voll. Ach so. Bis dann ist es halt vorbei gelaufen. Ja, ich habe schon. Oh, das war schnell. Reparatur. Wie ist das passiert? Wer war das? Ich geh zur Reparatur. Lass schnell reparieren. Kannst du das? Nee, ich kannst du das nur alleine machen. Du schützt mich. Ja, wir reparieren das jetzt aber zusammen. Hier müsst ihr dem anderen hin. Ja, da gehen schon die anderen Beine. Ja, wobei ich die Sicherheitshaber auch hin. Ich brenne wieder. Ich brenne. Ich brenne. Nein. Ich brenne schon wieder. Du hast ein Feuer. Nein. Ich habe keinen Bock. Wieso brennst du da? Ja, ich bin zu weit das Ding gelaufen. Wir müssen aber hinten reden. Er war jetzt gerade nicht bei uns. Ganz wichtig. Ich muss gerne kurz wissen, wer jetzt gerade nicht bei uns war. Peter war bei uns. Peter war bei uns. Peter hat zugeguckt. Hey! Hey, Schulz! Grein, 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 Luca, Luca! Moment. Das ist aber blöd. Wie hast du das denn aufgemacht, Christian? Dann 0. F gedrückt halten. Wusste gar nicht, dass das so weit geht. Ah, guck mal hier! Ah, scheiße, ich habe noch eine Schlüsselkarte. Warte, ich habe eine Besprechung. Hä? Was? Warum das denn, Sepp? Ja, keine Ahnung. Ich habe das halt gedrückt. Ich kenne das Pult halt nicht. Okay, Sepp hat ein Meeting einmal rufen. Wo reden wir denn? Hier können wir Oxygen machen. Macht ihr beide mal Oxygen. Ich bin da zu unfähig für. Okay. Hier können wir Oxygen. Was? Ich verkackt das jedes Mal. Okay, Christian. Ich habe richtig geklickt. Äh. Ja, ich nicht. Ähm. Das Problem ist, ich habe die rote Schlüsselkarte, die ist gerade eingereicht worden. Dann brauchen wir eine neue. Okay. Kann ich die ablegen? Weil ich habe so einen Triangulator und der zeigt halt immer auf mich. Die rote habe ich reingetan. Die rote habe ich jetzt reingetan. Ja, aber kann ich meine rote ablegen? Äh, weiß ich ehrlich gesagt. Ich habe halt so einen Triangulator und gefühlt zeigt der immer auf mich. Was ist das denn hier? Äh, lass mal noch einen abmurksen mit der anderen Spritze. Hast du nur einen Feuerlöscher? Ne, ich habe auch gar nichts leider. Hier hast du einen Feuerlöscher? Äh, ja. Hier kannst du die Reptiloiden reintun, wenn du einen gefunden hast. Dann kannst du die rauswerfen. Hast du einen Feuerlöscher, Peter? Ja. Ich habe auch noch einen. Ja, ich habe auch noch einen. Okay, gut, gut, gut. Äh, Leute, fehlt sich jemand? The fuck? Ja, Jay fehlt. Jay war die ganze Zeit weg und Luca auch. Jay? Jay war doch eben bei uns. Nein, nein, nein. Ich war mit Chris unterwegs. Wir haben ja auch zusammen das Gasleck gefixt. Wir haben ja auch zusammen das Gasleck gefixt. Und haben wir die Karte geholt. Warte, hier wird kälter. Ah, hier ist ein Feuerlöscher. Ich habe einen. So, wo war das Feuer, was wir löschen mussten? Welche denn? Ich muss die aufhalten. Einer muss rein. Ah, okay, ich bin drin. Ich habe die. Lass mich raus, lass mich raus. Oh, Alter, Alter, Alter. Da ist aber noch was. Hier waren wir eben schon in der Küche. Ich habe die grüne Keycard, ne? Wir brauchen noch die blaue. Okay. Wie geht es denn hier raus? Mein Inventar ist voll. Ja, wo sind denn noch die zwei? Oh Gott, ich habe Jay gefunden. Der hängt hier einfach. What the fuck? Ja. Ich habe die grüne Keycard, ne? Oh Gott. Ne, keiner war hier. Ich habe ihn gerade da hinten gesehen, Mann. Ey, Leute, gebt mal bitte Sauerstoff ab. Ey, Sepp. Es geht. Wie geht es hier raus? Ey, wo ist die Keycard? Wo kann ich die abliefern? Ah, ich bin nicht angesteckt. Ich habe nur einen Feuerlöscher. Ich habe nur einen Feuerlöscher gerade. Ich habe keinen mehr. Ey, ohne Scheiß. Ich bin zu blöd, zur Tür zu laufen. Wir müssen mal in ein anderes Stockwerk. Ich bin zu blöd, zur Tür zu laufen. Wo geht es hier lang? Da oben haben wir auch schon. Ja, hier ist ja noch Feuer. Das müssen wir noch löschen, oder? Ich habe einen Scanner. Aber ich glaube, ich muss in ein anderes Stockwerk. Ach, wir müssen das zu zweit löschen. Hast du auch noch ein Feuer? Ah, perfekt. Ah, da. Geil, Leute. Kommt mal hier raus. Wir können einfach hinten rumlaufen. Ach, da kann ich auch lang laufen. So, grüne Keycard ist abgegeben. Geil, die blaue. Hast du so ein Suchding, Jules? Nee, das hat, ich glaube, Christian, oder? Christian hat das Suchding. Peter hat auch so ein Suchding. Ich suche was. Ich glaube, hier unten ist was. Aber da brauche ich dich für Luca. Okay. Nein, nein, nein. So, hier ist doch bestimmt was. Hier ist noch eine grüne. Aber eine grüne brauchen wir ja nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Aber was ist das denn für ein Scheiß? Das bringt nichts. Ich brauche einen unten bei der Türe. Hier hinter ist eine... Hier. Ja, eine grüne. Ja, eine grüne. Aber das bringt ja nichts. Wir haben keinen Sauerstoff mehr, Leute. Wir haben keinen Sauerstoff mehr, Leute. Was ist das denn hier? Mensch. Kannst du dich nur vortäuschen? Haben wir tot. Haben wir tot. Aber wir sterben. Ah, komm Jules. Let's go. Komm, easy. Wir haben wenigstens einen bösen weggemacht. Ja, immerhin. Aber ich habe keinen Sauerstoff mehr. Die letzte Keykarte hier. Schnell. Komm, 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 komm. Was für die letzte Keykarte hier? Schnell. Ja, wir sterben trotzdem. Wir sterben jetzt. Nein. Nein. Ich habe sie gefunden. Was für nein? Alter. Finde ich gar nicht so sch... Ich finde ich gar nicht so schlimm. Alter, Jules. Ey, wieso hast du denn die letzten Keykarten noch... Ey, ich habe gerade kurz Shit gehabt, gell? Ja, ich dachte mir, ich dachte mir, ich packe die letzte Keykarte trotzdem noch rein, weil das war einfach dann so ein schöner Moment. So ein bisschen adding insight to injury an dieser Stelle. Okay, wer hat Jay gekillt? Ich? Ich habe... Das ist ein Hook-Out. Ich habe zugeschaut und applaudiert. Arsch, du. Ihr hättet doch einfach mal an die Loks denken sollen für das nächste Mal. Ja, aber in den Loks haben nie vier Leute drin, Jay. Genau. Ja, aber dann habt ihr... Der eigene weiß selber, was da ist und dann kann man... Ja, aber das ist ja nie eine Argumentation. Also ich wusste dann, dass vier Leute sein können. Wer ist das dann alles? Ich weiß ja, dass ich nicht bin, ist ja immer doof. Ja, aber ich habe trotzdem alle vorgelesen und alles gemacht. Also das war... Lief gut für dich. Das stimmt. Also du hast am Anfang alles mit mir gemacht. Sogar first try. Ja. Ja. Ja, nicht so wie Sebastian Lenzen. Ja, Peter, ich habe extra dafür Christian dann dran gelassen. Okay. Ja. Verwirrung pur. Hier bei diesem Spiel. First Class Trouble. First Class Trouble, Peter. First Class Trouble. Genau, so ist das. Ey, ich habe jetzt sogar zweimal gewonnen und habe nicht falsch gelesen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, sehr gut. Mit besser. Boah, du steigerst dich, Mann. Da haben die Rechtschreibprosen doch was bewerkstellten. Super. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.